Let's go! Du go, go! Oha, jetzt geht's ja direkt gerade runter und dann hinterher aber, ne? Ja. Ich geh vorne auf den Platz, oder ne, ich geh ganz oben drauf. Ich auch. Da sind mehrere mit mir. Ich hab keine Waffe. Trauma-Kind, sonst nix. Ich hab ne Pistole. Hier ist ne Weste, hier ist ne Weste. Ich find keine ordentliche Waffe, ich hab nur ne scheiß Pistole, Mann. Hier, ich weiß nicht, wo die sind. Ich hab ne AR. Ich hab ne Shotgun. Ich hab ne verschiedene Sachen hier, die du vielleicht... SMGs hab ich hier bei mir. Ist hier keiner? Boah, das ist ne geile Waffe, komm mal zu mir. Ich glaub meine Sachen. Ne goldene Rampage gefunden. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Hier ist ne Sniper glaub ich, oder was ist denn die... Warp-XP-G, du. Wir haben... Alter, die Zorn ist wieder hart weg von uns. Scheiß drauf. Jo, ich würde jetzt auch was Action machen. Ja. Ich hab ne gute Waffe, Alter, mit voll viel Money. Hier ist ne Heli bei uns, ey. Okay, let's go, lass uns nach vorne gehen. Warte, hier ist noch ne Kiste. Warte, komm. Ich muss wenigstens ne Rucksack mitnehmen. Ich hab schon einen gerade gefunden. Boah, Paranoia. Nice. Bisschen Money. Ich hab Money. Das ist auf den Berg, Richtung 230 gehen. Zone, ich mach hier mal die Zone. Ja, ich muss grad mal eine. Was halt immer, wo man hinlaufen muss. Ey, lass uns hier einfach rein. Lass uns die noch aufräumen in der Mitte, oder? Ja, aber ich hab ne Ranger von Kanden Nahkampf irgendwie. Ich hab Scope und so. Yo, N-Gage, danke für den Follow. Vor mir direkt, vor mir direkt. 300, 300. Hab mich glaub ich gesehen. Ja, zwei, zwei sind da. Ich seh. Zwei sind das. Sind oben ins Haus rein. Ich pushe ein bisschen. Ja. Scheiße. Hab beide. Boah, Digga, das ist gut. Die kommen. Digga. Das hat gerade 140 Schaden gemacht an dem. Normal mach ich nie Schaden mit Waffen. Ah, mach's nämlich noch mit. Nice. Der hat noch ein 6er Scope. Greifarme. Ah, ich glaub ich spiel echt wieder Shotgun, Alter. Shotgun ist einfach so okay, Mann. Willst du ein Shally haben? Ah, ich hab ne full attached der Waffe schon. Ich überleg jetzt noch ne andere zu nehmen. Ah. Die haben sich gerade genauso gefühlt, wie ich mich immer fühle, Alter. Die waren einfach irgendein weggeballert. Oh, da ist eine externe Struktur dran, ne? Hier ist auch noch ne. Also Shally willst du nicht, ne? Ne, hab schon. Oh, hier ist meine Axt. Oh, ne Outlaw. Ich hab ne Sniper. Ich hab ein Ding für dich. Kannst du dann benutzen. Nen 6er Scope. Oder soll ich die nehmen? Die Outlaw. Ne, ich nehm die gerne. Dann drauf besteht hier jetzt ein 6er. Das ist noch eine 1er Weste. Seine ist voll, ne? Ich nehm das 6er mal am Leben, aber ich glaub ich spiel mit dem... Ach, Shally kann ich gar nicht da drauf tun. Schade. Okay, wir müssen. Wir müssen, wir müssen. Boah, wie hart. Hier vorne ist ein Buggy. Das soll laufen, oder? Schaffen wir das? Nee, das ist viel zu weit. Hallo. Aufsteigen, ich mach nur so ein Buggy. Ja, irgendwie bei manchen geht das sauschnell. Bei manchen geht das... Willst du auch ein Buggy nehmen, ne? Ja. Ja. Na, egal. Falls ich noch einen sehe. Ja. Ich hab 250 Schuss, Alter. Hier ist noch ein Buggy. Nimm du ruhig den zweiten. Was? Hier ist gelootet. Hier vorne ist der Buggy. Ja, ich kann das Ding manchmal nicht wirklich lenken, ne? Okay. Ja, lass uns einfach erstmal rein. Nice. Welche Wester hast du? Zweier. Ja. Schon ein bisschen damaged, aber ist noch okay. Ja, besser als Alter. Ich dummkopf bin in meine Granate gelaufen. Ich glaub, das hat meine Rüstung gedamaged. Ich hatte vergessen, dass das ein Cluster ist. Ja. Ja. Ey, die Granate ist One-Hit, ne? Wenn die einen trifft. Die, ähm... Cluster. Also der war aber auch in einem kleinen Raum, ne? Ja. Aber gut geworfen auf jeden Fall. Das war das. Ey, normal mach ich immer voll wenig Schaden. Gerade hab ich echt in einer Sekunde 139 Schaden an den Typen gemacht. Wohin? Lass uns einfach mal runter, oder? Hier so hin? Ja, ich glaub unser Fehler ist, dass wir immer am Rand nur gammeln. Ja, lass uns rein. Da sind immer voll viel Spieler auf einmal. Das sieht man in der Mitte immer ein bisschen ruhiger mit ein paar... ...Seiten. Hast du genug Keel und so? Äh, ich hab zwei First Aid. Okay. Neu Mantagen. Okayly, okayly. Ja, das hier bleiben. Ja. Ja. Gelootet? Oder zumindest leer? Ne, jetzt leer. Truppenverbindung. Einserwester. Kannst du ein bisschen runtersnipen mit deinem Sichterscope. Ich dachte ich grad... Ich seh vielleicht einen, aber ne. Ja. Ich hör keine Schüsse. Lass mal weiter hier runter. Ich hör absolut gar nichts gerade. Achtung. Weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Wir sind immer noch drin. Ja, nice. Das ist auch ein Looten. Ja, mir fehlen grad so ein bisschen noch die Wurfsachen. Fehlen mir noch. Mach hier mal so ne... ...ne Stolperfalle. Mach die Worn jetzt. Boah. Weiß ich gar nicht. Hier ist noch ein Rucksack oder so. Ja. Guck mal, die Silas. Wie die hier gebaut hat sich schon mal fallen. Er gönnt sich richtig. Ich mach mal Ausbeuter rein. Vielleicht sehen wir noch was leckeres. Rucksack hab ich schon. Die Station. Hier ist noch ein Sanitäter-Perk. Alter, ich will das aufheben. Ich bin gut hier. Sie müssen ja die Waffe wechseln. Wollten sie nicht ihre Waffe wechseln? Hier ist ein langer Lauf noch, ne? Was macht nochmal langer Lauf? Also ich spiel lieber mit langem Lauf als mit Schalldämpfer. Weil das einfach mehr Schaden macht. Ja, ja. Schalli nimmt irgendwie voll... Ja, nimmt irgendwie Entfernung und Schaden weg, hab ich das Gefühl. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Also man kann ja mal drüber... Ne, man sieht das auch nicht, ne? Ne. Also ich hab das Gefühl, dass es weniger... Ja, dann hab ich das mal langen Lauf gemacht. Also ich find langen Lauf besser. Ich hab's zwar mit, falls wir nachher ein bisschen sneaky sein müssen. Ich hab auch einen Suppressor dabei. Eine Sekunde. Raustappen, raustappen, raustappen. Warum? Warum musstest du raustappen? Weil mir wer geschrieben hat, auf äh... Oh, hier ist was Goldenes. Oh, ne goldene Koschka, Alter. Uh. Juhu. Sag mal. Yo, vor mir. Pass auf dich. Tschüss. Scheiße. Er hat Granate gekauft. Er ist tot, ne? Ich hab hier alles, äh, liegen gelassen, ne? Wenn du willst. Guck mal. Hier vorne. Kannst dir alles gönnen. Kannst auch die Sniper spielen, wenn du willst. Die, äh... Was war das? Ich hab dir getötet, ne, Digga? Der war so schnell down. Ja, der hat... Der hat mich auch... Voll schnell. Oh, okay. Ich hab den so ultra... Ja, ich seh, wo er liegt. Der war so ultra schnell down. Warte mal, ich höre Schritte. Hat der was noch? Oh, was liegt denn hier noch für ne Weste? Eins hab ich denn getroppt. Ja, der war lieber mal. Oh, zwei Sensorpfeile und du nimmst keinen mit? Äh, volles Inventar, Junge. Hier. Ja, schmeiß mal was weg dafür. Ich nehm einen. Weil das ist echt, find ich mit, das Beste, was du im Spiel haben kannst. Das ist so OP. Dein Auto brauch ich, glaub ich, nicht. Liegt hier. Hier, hier, hier. Hier. Ich hab ne Granate auf. Das find ich so OP, Alter. Hält ja unendlich, ja, ne? Nein, nein. Das nicht, aber verdammt lange. Naja. Also wirklich verdammt lang. Schüsse hinter uns. Hier ist gelootet. Siehs, 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 siehs. Wo? 300. Yo, die sind gegenüber. Yo, siehs. Hab ihn. Wo ist er am liegen? Äh, hinter, ganz hinten. Alter, war das ein schöner Schuss. Junge. War das noch zwei? Also ich seh keinen. War der Insta, oder? Ja, der war Insta. Da war noch ein zweiter roter Punkt auf der Karte, oder? Ja. Aber kann das sein, dass der... Hier drin liegt der, ne? Ja, und einer hier draußen. Waren das vielleicht Gegner? Da, oder? Was ist denn? Oh, Healstuff. Oh, lecker. Oh, lecker. Hier ist noch ein LV-Visier, ein großes Magazin ist hier noch, hier sind noch welche vor uns, irgendwo, wir sind aber ziemlich gut in der Zone hier. Sollen wir nicht lieber rüber, haben die sich gegenseitig gekillt? Lass mal rüber gehen bitte, lass mal jetzt rüber schwimmen noch. Aber gleich kommen wir nicht mehr so easy. Uh, das war nice. Sehr gut. Man kann aus dem Wasser keinen Greifer machen? Doch, kann man. Das Thema versucht, ehrlich. Ich hab noch zwei Ninebanks und Greifer und Sensorfall. Okay, nice. Der hält doch ewig, Alter. Äh, da hinten kommt sie auch, Sensorfall hat, äh, schlägt aus. Ja. Lass mal erst um die kümmern, die hier vorne sind, oder? Das muss, das muss, ah, ist ins Wasser gegangen. Bei uns hier? Ja, 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 müsste, müsste zu uns kommen, glaube ich. Und an der Brücke ist einer. Ich sehe ihn an der Brücke. Ich glaube, ins Wasser ist einer. Dann lass mal in die Gegend gehen ein bisschen. Ähm, warte mal. Hier an der Brücke ist einer. Hier drin. Fransch. Im kleinen Haus, oder? Seht ihr den? Sind beide noch da? Ah. Oh, schöner Schuss. Oh mein Gott, Alter. Schöner Schuss, Alter. Oh. Schöner Schuss. Äh, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Hinter uns. Hinter uns wird geschossen. Hinter uns. Mach du was mal, ja? Oh fuck. Hinter uns in den dunklen Haus direkt. Pass auf. Ähm. 128 in dem braunen hinteren Haus. Ähm. In dem hier. Äh, oben auch noch welche. Ey, wir müssen hier weg. Wir sind hier richtig, äh, auch präsentiert, Herrladell. Wir müssen laufen, oder? Wir müssen hier weg. Ja, der, aber die, die anderen schießen auf uns. Yo, ich sehn. Schön. Ist der andere ins Wasser? Yo, der andere ist im Wasser. Unter der Brücke. Oh. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite schießt auf mich. Wo wir herkommen. Ja, ja, ja. Seh ich dich. Schöner Schuss. Äh, an der Brücke ist noch einer. Digga, weißt du warum? Es ist ein Bug momentan. Ey, an der Brücke, an der Brücke. Komm mal her, bitte. Voll verpackt. Ja, ich bin auf dem Weg. Der läuft. Drei Hits. Der ist ins Haus hochgesprungen. Hinter uns. Pass auf, hinter uns. Hier. Direkt hinter uns. Pass auf. Kein Hit, was? Äh, am Baum 254. Seh ich. Seh ich. Hab ihn. Lass uns drum herum pushen. Am Air-Drop ist einer. Achtung. Sein Mädchen ist am Air-Drop. Hab getroffen. Hab ihn. Einer ist nach hinten gelaufen. Beide tot. Ne, ne. Ich hab nur durchgefinisht. Okay. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Wo ist der andere? Er ist bei mir. Hinterm Baum. S. Ja, ich fack ihn schon. 1HP. Hab mich geflasht. Muss den holen. 1HP. Hab ihn. Hinter uns im Haus. Südwesten. Oben im Haus. Ist auch noch einer. Wir müssen los. Ja, Südwesten hinter uns. Pass auf. Hinter uns. Muss doch kurz der Typ mir mal looten. Alter, ich hab zu wenig... Ja, geht eigentlich. Ich hab keine Rüstung mehr. Scheiße. Hatte der eine Rüstung? Dreier, wirst du? Ja. Welche hast du dafür weggelegt? Oh, 2er. Doch, 2er lag da. Nein. Alter, mach die Schaden. Vor uns. Die Outlaw, Digga. Ist immer One-Hit, ne? Die ist immer One-Hit. Nein, nein. Leider nicht. Nur überhalb der Brust. 155. Ich sehn. Achtung. Weiterer Kompass erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Hab ihn. Boah, Joga. Digga. Die Kaschka ist aber auch nice, ey. Die Outlaw, Digga. Es leben nur noch zwei. Es leben nur noch zwei. Lass ruhig machen. Hast du Traum-Market oder so? Leider gar nicht. Hau mal Perks rein, wenn du welche hast. Gar nichts mehr. Ja, ich mach kurz... Die müssen in den Häusern sein. Ich hab Rauchgranate geworfen. Ich hab... Oh, mein Senderfall ist voll da rüber geflogen. Ich seh einen. Wo? Sei an, sei an. Hab ihn. Boah, Junge. Ganz hinten hinterm letzten Haus. War der Insta? Ich hab nichts mehr zu werfen. Nein, Noct. Die müssen da sein. Ich seh ihn. Hat ihn hochgeholt. Hinter dem letzten Haus hier. Ich hab nichts zum Werfen. Direkt dahinter. Hab einen. Ich auch. Du hast den. Hab ihn. Ja, Mann. Boah. Was eine nice Runde, ey. Geil.